Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Unterserie in unserem Bereich Software Design. Heute geht's oder heute starten wir mit UML. UML ist die Unified Modeling Language. Das ist jetzt keine Sprache mit Integer und so weiter und so fort, die ihr irgendwie lernen müsstet und mit der man dann am Ende programmieren kann. Nein, es ist eher eine Darstellungssprache, nicht direkt eine Sprache eigentlich, sondern eher eine Darstellungsart und Weise. Wie sollen Diagramme aussehen, damit sie eben von jedermann gleich verstanden werden. Das heißt, es ist eigentlich eher eine Standardisierung und damit nicht jeder wieder seine Diagramme irgendwie auf seine Art und Weise macht und am Ende weiß keiner, was er damit gemeint hat. Deswegen hat man sich gedacht, hey, wir machen uns jetzt hier eine vereinigte Sprache, so eine standardisierte Sprache eben oder so eine standardisierte Darstellung, so dass alle gleich, alle Diagramme in etwa gleich aussehen sollten, die dasselbe ausdrücken wollen. Okay, es gibt natürlich immer noch solche, naja, es gibt natürlich immer noch gigantisch viel Spielraum, da es ja eben um Design geht. Es gibt kein richtig oder falsch in dem Sinne, aber man hat halt sich gedacht, okay, wir versuchen das jetzt irgendwie so zu modellieren, dass es ähnlich aussieht und dass es auch jeder gleich versteht. Okay, so, was wir hier benutzen werden ist, also ich bin ja unter Linux zu Hause, ihr könnt natürlich unter Windows benutzen, was auch immer ihr wollt. Unter Windows würde ich euch aber zu Visio raten, kostet allerdings, was ist von Microsoft auch direkt, damit kann man super Diagramme modellieren. Sieht auch ganz hübsch aus, unter Linux sieht es nicht ganz so hübsch aus, dafür ist es wirklich direkt für UML gedacht. Wir werden nämlich hier dia benutzen, dia könnt ihr einfach installieren, indem ihr hier einfach sudo apt-get install, ja, ich habe mich immer noch nicht an apt gewöhnt, ich mache immer noch apt-get, aber ihr könnt auch apt benutzen natürlich, apt-get install und dann dia oder dia gnome, geht beides. Und dann einfach starten und dann seid ihr in etwa in dieser Oberfläche hier. Sieht am Anfang ein bisschen, naja, zu viel aus, aber es ist eigentlich ganz in Ordnung und auch eigentlich ganz angenehm. Was wir anfangen, mit was wir anfangen werden, sind Klassendiagramme. Es gibt haufenweise verschiedene Diagramme, also UML sagt nicht nur, hey, wir haben nur eine Diagrammart, sondern man kann mit UML zum Beispiel Sequenzdiagramme darstellen, Aktivitätsdiagramme, irgendwelche Timingdiagramme, dann Use Case Diagramme sind ein ganz großer Bestandteil davon und selbst irgendwelche Deployment Diagramme oder sowas. Wir werden anfangen mit dem sogenannten Klassendiagramm, das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste, also zumindest finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Manche sagen, Use Cases sind deutlich wichtiger, dürft ihr mich gerne berichtigen, wenn ihr das irgendwie anders wichtiger findet. Aber wir werden, wie gesagt, mit dem Klassendiagramm anfangen und uns da mal anschauen, wie sieht die Schreibweise aus. Es gibt drei unterschiedliche Schreibweisen für Klassendiagramme. Zuerst mal, was sollen Klassendiagramme überhaupt darstellen? Die sollen zeigen, wie sind eure Klassen miteinander irgendwie verknüpft. Das heißt, ihr habt zum Beispiel hier, ich mache hier gerade mal eine, das ist so eine normale Klasse und setze die hierher. Die kann man hier dann draufklicken und dann kann man hier zum Beispiel den Klassennamen angeben. Stereotypen werden wir noch behandeln. Abstrakt kann man angeben, ist in unserem Fall jetzt nicht. Zum Beispiel wollen wir jetzt hier uns eine Klasse bauen, die nennen wir jetzt einfach mal GUI-Oberfläche, wobei das ein furchtbarer Klassenname ist, ich nenne sie einfach nur GUI. Genau. Und dann haben wir hier sozusagen uns eine Klasse generiert. Wir haben Attribute hier sichtbar. Es gibt, wie gesagt, drei verschiedene Schreibweisen für Klassen. Wir werden uns jetzt einfach mal angucken, wie so die Standardklasse aussieht und dann geht es nächstes Mal vielleicht mit den anderen Arten weiter. So, hier kann man dann Attribute einfügen. Das sieht bei euch dann höchstwahrscheinlich anders aus. Meistens oder manchmal kann man sogar hier von Hand noch Sachen eingeben. Das heißt, ihr habt hier überhaupt nicht dieses Fenster, also je nachdem, welchen Editor ihr eben benutzt. Und wenn ihr von Hand zeichnet, müsst ihr sowieso alles von Hand malen, sozusagen. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe ein neues Attribut hinzugefügt. Was könnte zum Beispiel eine GUI-Oberfläche als Attribut haben? Naja. Sagen wir mal, wir fangen ein bisschen anders an. Wir machen keine GUI, sondern wir sagen hier, wir machen irgendwas Konkreteres. Sagen wir, wir sprechen über YouTube. Weil ihr gerade eher auf YouTube zuguckt wahrscheinlich, haben wir hier einen YouTube-Zuschauer. Also das heißt, wir haben hier eine Klasse Zuschauer. So, Attribute sind hier zum Beispiel, Plus steht für öffentlich. Wenn ich hier das Ganze auf Private stelle, dann haben wir hier plötzlich ein Minus dastehen. Das ist einfach nur die Schreibweise davon. Plus bedeutet Public. Private bedeutet eben Minus. Oder Minus bedeutet Private. Und Protected ist ein Hashtag. So, Implementierung. Naja gut, Implementierung heißt halt einfach, es wird jetzt noch nicht festgelegt, sondern es wird irgendwann später festgelegt. Wir haben überhaupt keine Sichtbarkeit hier angegeben. Wir werden das ganze Ding jetzt einfach mal Public machen, so wie es eigentlich der Standard für solche öffentlichen Attribute ist. Public Attribute, Vorsicht, bedeutet nicht, dass es jetzt hier einfach ganz normal ein Public Attribut ist, so wie ihr das vielleicht aus manchen Sprachen kennt, sondern es bedeutet, dass das Attribut an sich Private ist. Ihr aber einen Getter und einen Setter dafür habt. Ihr merkt, ich setze hier schon einiges voraus vom Programmieren. Wenn ihr noch irgendwas gerade nicht versteht, es gibt von mir eine Serie zum Programmieren und da haben wir eigentlich alles behandelt, was ihr jetzt braucht. Das heißt, schaut da einfach nach. Ich werde die auch in die Infokarten immer reinpacken. Und schaut dann da einfach nach, wenn ihr irgendwas nicht versteht. Ich weiß, UML ist nicht ganz ohne oder vor allem braucht man da relativ viel Vorwissen, aber ja, manches braucht halt eben Vorwissen und dann kann man hier erst weitermachen. Okay, also was wir jetzt hier haben, ist Sichtbarkeit auf Public gestellt und was hat mir hier für eine klasse Zuschauer-Klasse? So, wir haben jetzt hier zum Beispiel für dieses Attribut die WatchTime. Das heißt, wir haben hier, wie lange schaut derjenige schon gerade zu? Das ist jetzt einfach nur ein schlechtes Beispiel, aber ja, warum nicht? Und jetzt kann ich hier den Typ angeben. Der Typ von der WatchTime wird höchstwahrscheinlich ein Integer sein. Das heißt, ich kann hier ein Int angeben. Warum ist es jetzt wichtig, dass es ein Int ist? Naja, ist es nicht unbedingt, es könnte natürlich auch ein Double sein. Ich dachte jetzt Int Sekunden zum Beispiel, weil weniger als Sekunden macht relativ wenig Sinn bei der WatchTime und Integer sind so schön speicherbar. Okay, Overflow-Probleme haben wir damit sicher auch nicht. Und ja, das ist jetzt ein neues Attribut hier. Ihr seht die Darstellungsweise plus, das heißt der Modifikator, ich mache hier gerade mal okay und dann sehen wir das hier genauer. Ich scrolle hier auch mal noch ran, dann seht ihr das noch besser. So, und zwar Zuschauer, das ist die Klasse, also der Klassenname steht hier oben. Dann kommt ein normaler Strich, ein durchgezogener Strich, das ist tatsächlich wichtig, ob ein Strich durchgezogen ist oder nicht in UML. Und dann kommt die Attribute, dann kommt noch ein durchgezogener Strich und unten drunter kommen die Methoden, von denen wir noch keine haben. Operation meint Methoden damit. Das sind tatsächlich diese Klassenmethoden. Hier können wir zum Beispiel, wir können jetzt einfach mal eine Methode einfügen und haben hier dann Operationsdaten. Naja, wie soll die Methode heißen? Okay, sagen wir mal Click Next Video. Das ist eine Operation, können wir benutzen, ist vom Typ Void. Das heißt der Rückgabetyp, Achtung, hier redet man immer vom Rückgabetyp, ist Void. Void, deswegen steht hier hinten dieser Doppelpunkt Void. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, hier drüben steht auch der Integer nach dem Doppelpunkt. Das heißt, wir haben hier zuerst den Namen und dann nach den Typen, nach einem Doppelpunkt. Manche Sprachen haben das tatsächlich auch so. Normalerweise werdet ihr es eigentlich aber eher so finden, Public Int Watch Time. Das ist eher der Standard. Genauso hier bei den Operationen. Warum UML das so definiert hat, weiß ich auch nicht genau, aber sie werden sich schon was dabei gedacht haben. Euren Stereotypen, wie gesagt, behandeln wir noch separat. Und ja, jetzt können wir hier wieder die Sichtbarkeit einstellen. Public, Private, Protected. Je nachdem endet sich das Ding hier oben als Plus, Minus oder wie auch immer. Genau, Typ der Vererbung, schauen wir uns auch noch genauer an. Hier könnt ihr dann Parameter angeben. Parameter sind hier dann immer anzugeben. Genau, also das ist jetzt wirklich nur bei diesem Editor so. Könnt ihr aber machen, bei welchem ihr, wie ihr es genau wollt. Aber Click Next Video hat eigentlich jetzt nicht unbedingt einen Parameter. Das heißt, wir können es hier auch einfach so lassen. Super. Ja, und hier unter Stil könnt ihr jetzt noch zum Beispiel solche Sachen wie Schriftart einstellen. Aber das brauchen wir jetzt hier tatsächlich gar nicht. Vorlagen, ja, also ich finde, das kann man eigentlich alles so lassen. Was wir jetzt hier wirklich noch gebraucht haben, war noch eine Methode. So, das ist eine vollständige Klasse. Also, nicht vollständig, aber sie ist in UML zumindest eine gültige Klasse. Und jetzt kann ich mit euch da kurz drüber gehen. Hier oben haben wir den Klassennamen. Danach kommen die Attribute, also nach diesem ersten durchgezogenen Strich, in dem Format Access Modifier. Das heißt, Public, Private oder Protected. Und falls wir nichts angegeben haben, dann eben nichts davon. Also, da ist dann quasi nichts. Das ist dann zur Implementierungszeit zu entscheiden. Dann der Name des Attributs, ein Doppelpunkt und der Typ des Attributs. Das heißt, ihr habt hier nicht so etwas wie schwach typisierte Sprachen, sondern ihr gebt normalerweise eigentlich immer explizit den Typ an, dass es auch einfach mit jeder Sprache klar ist. Egal, was wir nachher programmieren. Das ist ja jetzt egal, ob wir Python programmieren, ob wir Java programmieren, ob wir C++ programmieren oder sowas. Gut, in C gibt es keine Klassen, deswegen C++. Es ist völlig egal, welche Sprache wir haben. Wir brauchen am Ende immer genau so, oder wir können am Ende dieses Klassendiagramm benutzen hier. Und hier kann man dann sagen, okay, das ist vom Typ Integer. Python hat keine Integer in dem Sinne, sondern einfach nur Variablen. Die haben nicht unbedingt einen Typen, aber wenn man es hier angebt, ist ja niemandem wehgetan. Das heißt, einfach angeben und schon sind alle glücklich. So, und dann kommen nach dem nächsten durchgezogenen Strich die Methoden. Das heißt, die Methoden, die die Klasse Zuschauer hat. Da ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass wir hier eigentlich niemals irgendwelche mega langweiligen Sachen wie GetWatchTime, SetWatchTime haben, außer sie sind irgendwie speziell. Also, wenn jetzt dann SetWatchTime nur immer die WatchTime um 1 vergrößert oder sowas, dann wäre das eine spezielle Methode. Da könnte man das vielleicht hinschreiben. Aber so standardmäßig würde man Get und Set niemals hinschreiben. Dann würde man hier einfach sagen, okay, das Ding ist public. Und man nimmt dann einfach an, dass der Implementierer automatisch weiß, hey, Attribute sind niemals public. Wir brauchen Getter und Setter dafür, die aber eigentlich nichts tun, außer dieses Attribut zu setzen. So, und klickt nächstes Video, wie gesagt, unsere Funktion auch wieder Access Modifier ganz vorne. Dann der Name, zwei Klammern, weil keine Parameter. Und die Parameterliste wäre dann hier zwischen den Klammern, Doppelpunkt und der Rückgabetyp. Das ist so das grundlegende Layout einer Klasse in UML. Und nach diesem Vorbild sozusagen kann jetzt jemand hergehen und wenn er dieses Diagramm von mir bekommt, kann er es bei sich aufmachen und kann sagen, hey, das kenne ich doch irgendwie. Das sieht für mich vertraut aus. Ich kann diese Klasse, egal in welcher Sprache, jetzt programmieren. Und am Ende haben wir fertig ausführbaren Code. Und der Inhalt dieser Methoden und die genaue Implementierung, die ist dann natürlich von demjenigen, der den Code schreibt, zu machen. Und nicht von demjenigen, der hier dieses Diagramm designt hat. Das ist jetzt nur für diese grobe Übersicht, wie später unser komplettes Programm aussehen soll. Damit man sich nicht irgendwie verrennt und damit man einen Überblick hat, wie soll das ganze Programm später gelayoutet sein, was hängt wie zusammen. Dafür braucht man UML nicht zum Programmieren tatsächlich. Das heißt, das Programmieren hinterher ist eigentlich nicht mehr denken, so viel zumindest, sondern es ist hauptsächlich Abschreiben von dem, was wir hier gemacht haben. Und dann halt diese Methoden, die wir hier einfach definiert haben, mit tatsächlichem Code füllen. Okay, das als Einführung zu UML. Es geht natürlich nächstes Mal weiter mit UML und mit den Klassendiagrammen. Und wie gesagt, es gibt mehrere Strukturen und man kann natürlich auch Beziehungen von diesen Klassen miteinander darstellen. Gut, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.